Hi Leute, diesmal habe ich dabei Batman Heft Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 mit der Storyline Selbstmordtrip. In Heft 6 fängt aber schon die nächste Storyline an, nicht ein, sondern an, mit dem Titel Auf den Dächern. Die werde ich aber erst behandeln, wenn diese auch vollständig bei uns vorliegt. Gut, wir müssen aber erstmal wieder ein bisschen drauf eingehen, was war zuletzt passiert. Batman hatte ja tatkräftige Unterstützung von Gossam und Gossam Girl bekommen. Ja, leider war es so, dass Hugo Strange und der Psychopirat Gossam Girl und Gossam angegriffen haben. Zu einem haben sie sich Gossam Untertan gemacht, der dann Amok lief. Und ja, bei Gossam Girl haben sie so ein bisschen im Kopf rumgespukt, sodass sie jetzt sehr labil ist, unter diversen Neurosen leidet. Ja, Gossam selbst stirbt dann auch noch innerhalb der Storyline, der Vorgänger-Storyline. Also Spoiler, Spoiler-Warnung, danach ist immer clever. Aber ja, und nun hat Gossam Girl das Problem, dass ihr Bruder tot ist, dass sie psychisch total fertig macht. Und zusätzlich aber eben auch noch, dass der Psychopirat in ihrem Hirn rumgefuscht hat und sie ja auch noch diese zusätzlichen Neurosen hat. Also es ist alles extrem schwer für sie, überhaupt noch klar zu kommen. Wobei man sagen muss, für die Storyline, die Monster-Männer, Menschen, ich glaube die Monster-Menschen, hat man das so ein bisschen beiseite geschoben. Was ich nicht ganz so gut fand, man hat es zwar angesprochen, aber alles so beiläufig, irgendwie so als wäre gar nichts los. Aber hier merkt man eben doch, sie ist total fertig, sie ist am Boden, sie kann eigentlich gar nichts mehr machen, die kann gar nicht mehr aus dem Bett aufsteigen. Und nun ist es ein Batman, sie irgendwie dann wieder rauszuholen. Und dafür, ja, möchte er den Psychopiraten zurückholen, oder zu sich holen, damit eben dieser nun Gossam Girl heilt. Das Problem ist, der Psychopirat ist in der Zwischenzeit entführt worden von Bane. Also muss nun Batman nach, zu Banes Insel, ich habe jetzt den Namen vergessen, Santa Prisicica oder so ähnlich. Ich kann das auch nicht aussprechen, also ist vollkommen, ist halt jetzt so, ne. Jedenfalls muss nun Batman dorthin und den Psychopiraten zurückholen. Dies tut er aber nicht allein, dafür geht er nach Arkham und sammelt, ja, diverse seiner Feinde ein, die ihm helfen sollen. Da wäre zu einem der erste Bauchredner, Wesker, den man jetzt eben auch in das New 52 Universum im Endeffekt zurückgeholt hat. Ja, jetzt wird wieder der ein oder andere vielleicht meckern, aber im Endeffekt Rebirth spielt ja innerhalb von New 52 und ist dementsprechend immer noch diese New 52 Welt. Aber wenn ihr eine andere Meinung seid, ist das auch okay, ne. Also von mir aus Rebirth-Welt oder New 52 ist mir egal, es hat sich ja nichts verändert, ne. Diesen hatten wir ja dort nur ein, zwei Mal so als Nebencharakter in Massenausbruch-Szenen gesehen. Ich glaube, in The Dark Knight hat man ihn ganz am Anfang mal in der ersten Storyline gesehen, aber ansonsten hat man mit ihm nichts als Figur zu tun gehabt, denn er wurde ersetzt durch einen weiblichen Bauchredner, den ich auch extremst genial fand und hoffe, dass der jetzt aber, oder besser gesagt sie, jetzt nicht komplett in der Versenkung wieder verschwindet. Aber ich finde es auch gut, dass er wieder da ist. Also ich, ja, ich sammle ja erst seit New 52, aber ihn kenne ich wenigstens auch noch aus der alten Fernsehserie, also dieser, äh, Batman Adventures, glaube ich, hieß das oder so. Also, ne, also da fand ich ihn auch immer klasse. Er ist der erste, den er dafür einsammelt. Dann sammelt er sich Bronze, äh, Bronze Tiger ein, der ja eigentlich, ähm, zuletzt für Rasal Ghul gearbeitet hat. Ähm, ja, mittlerweile hat sich aber wieder so einiges verändert. Bei Rasal Ghul, äh, war er ja, äh, ein richtig, ein Tigermensch, ne, und jetzt ist er eben wieder ein stinknormaler Mensch, der im Endeffekt normalerweise eine Tigermaske vielleicht trägt, ne, macht er hier aber auch nicht, ne. Ich glaube, das war bei Red Hood, unser Outlaws Band 2, wo das, äh, das Thema war, ne, wo er auftauchte. Äh, zusätzlich treffen wir auf, äh, zwei mir bis dahin unbekannte, äh, Charaktere, nämlich eine, äh, Javel oder so ähnlich heißt sie und einen Punchy, die wohl die dümmsten Supershorken des DC-Universums sind, wie uns in Heft 5 in den Anmerkungen erklärt wird, äh, über die ich auch gar nichts weiß. Äh, und dann natürlich, ähm, gibt es noch eine Person, die zur Zeit in Arkham sitzt, und zwar Selina Kyle, alias Catwoman. Ähm, wir erfahren, sie sitzt im Gefängnis, also nicht im Gefängnis, sondern in Arkham, weil sie angeblich 237 Menschen getötet hat. Äh, was da so ganz dahinter steckt, das erfahren wir noch nicht, das werden wir wohl in der kommenden Storyline dann endlich erfahren, also auf den Dächern. Ja, und auch diese holt er, äh, sich zur Hilfe. Also wir wissen aber bisher nicht, warum sie eben wirklich in Arkham sitzt. Man sieht aber, ja, man geht davon aus, dass sie extremst gefährlich ist. Sie trägt so eine Komplettmaske, sie ist wirklich richtig in so einer Zwangsjacke, äh, verschnürt, ne. Nur Batman möchte sie auch für sein Team haben. Und zusammen brechen sie nun auf, äh, zu der Insel von Bane. Hier steht Santa Prisca, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ja, natürlich werden sie dort natürlich auch gleich beschossen und angegriffen, ne. Aber Batman schafft es zur Insel, er landet dort aber erstmal allein. Also wissen wir schon, hm, das scheint eher so ein, so ein Back-up-Team zu sein, was er da versammelt hat. Er prügelt sich da auch gleich mit der ganzen Armee von, äh, von Banes, äh, Schergen. Verliert auch, weil, also mit so vielen wird er auch nicht fertig. Steht dann Bane gegenüber. Und hier wiederholt Batman immer wieder nur ein und dasselbe. Und man schon fragt, bist du wirklich Batman? Hm? Hm, und zwar, äh, sagt er, Bane, ich will den Psycho-Piraten. Ich brauche ihn dringend, um jemanden zu retten. Ähm, rück ihn raus, dann gehe ich. Weigerst du dich, das zu tun, breche ich dir dein verdammtes Rückgrat. Und das wiederholt er immer wieder. Ich breche dir dein verdammtes Rückgrat. Ich breche, äh, breche dir dein verdammtes Rückgrat. Und das tut er dann bis, äh, zur letzten Ausgabe immer wiederholen. Ähm, dies ist natürlich auch eine, ähm, Anspielung auf Nightfall, wo ja wiederum, äh, Batman das Rückgrat durch Bane gebrochen wurde. Nur es kommt halt, wie gesagt, zum Kampf. Und kurzerhand renkt hier nun Bane, Batman, das Rückgrat aus. Also er bricht es nicht, aber er renkt ihm, äh, wirklich die Hüfte, das Rückgrat, keine Ahnung, wo es genau ausgekugelt ist, äh, kugelt es ihm aus. Ne, und so haben wir Batman erstmal geschlagen, besiegt, niedergerungen. Zusätzlich wird aber auch, äh, Batman noch, äh, von seinem Team verraten. Oder besser gesagt, zumindest teil, äh, mäßig verraten. Denn Catwoman steht am Ende dann auf der Seite von Bane. Viel mehr werde ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Es hat die ein oder andere Wendung. Auch eben die eine Sache, mit der man gar nicht rechnet. Ähm, vor allem fragt man sich ja, wieso Wesker ausgerechnet hier, äh, mitgenommen wurde. Denn was für eine Bedeutung hat er bei der ganzen Sache. Und das fand ich am Ende, äh, dann doch sehr interessant, äh, weil man sich wirklich fragt, was will man mit dieser Person, äh, die selbst eigentlich gar nicht selbst entscheiden kann, die Handpuppe für sich alles entscheiden lässt, und die ganze Zeit nur irgendwelchen Befehlen folgt, äh, und sonst nicht mal alleine aufs Klo gehen könnte, auf gut Deutsch, ne. Für was braucht man ihn nun, äh, äh, im Kampf gegen Bane und, äh, dazu, ähm, den Psychopiraten einzusammeln. Also wirklich, äh, auch sehr überraschend gemacht, ähm, äh, die erste Storyline rund um Gossam Girl. Und Gossam, die fand ich nicht wirklich berauschend. Ich fand, sie hatte keinen guten Rhythmus, äh, über die Charaktere, ja, kann man jetzt auch streiten, ob sie jetzt nützlich war. Interessant mit Sicherheit, aber ich fand sie eben irgendwie nicht wirklich gut umgesetzt. Und, ja, die hat einfach an vielen Ecken und Enden gehakt. Hier war es aber schon gleich, ich war schon gleich beim ersten Teil extremst begeistert von diesem Aufbau dieser Story. Und es geht auch wirklich gut weiter, es bleibt weiterhin gut. Die ganze Storyline ist super, erzählt hat einen guten Rhythmus. Und, ja, macht auf alle Fälle das Wett, was mich vorher eben an den ersten drei, äh, deutschen Heften wirklich enttäuscht hat. Und, äh, wie gesagt, äh, die, eine neue Storyline beginnt ja hier bereits im sechsten Heft. Und auch zu der kann ich sagen, die hat mein Interesse geweckt, hat auch einen guten Rhythmus. Ich freue mich auch, wenn ich dann auch, äh, zu der dann komplett was erzählen kann, weil da werde ich dann auch nochmal eine Catwoman-Ausgabe mit dazu, oder vielleicht sogar zwei, ähm, äh, nämlich Band 1 und, ich glaub, Band 9 müsste es gewesen sein, die ich dann nochmal dazu holen will, um ein paar Sachen nochmal mitzuzeigen. Ähm, ja, und dementsprechend wirklich begeistert jetzt von der Reihe. Und jetzt im Vergleich, äh, zu Detective Comics würde ich jetzt in diesem Fall sogar sagen, dass, äh, was die zweite Storyline angeht, äh, Batman diesmal die bessere Storyline hatte. Also als das Opfersyndikat, was aber auch schon super war. Also, ne, also wenn Batman jetzt in diesem, äh, auf dieser Stufe bleibt, äh, bin ich auf alle Fälle begeistert. Die erste Storyline, wie gesagt, die hat mich eher enttäuscht. Aber die hier, also diese Gossam-Girl-Sache und Gossam-Sache, aber jetzt wirklich dieses, ähm, der Selbstmordtrip, find ich wirklich einfach nur klasse. Äh, äh, Zeichnungen find ich hier jetzt auch, äh, durchweg super gut. Ähm, ein bisschen schmutzig, ein bisschen dreckig, wie ich's, wie ich's eben auch bei Batman eben haben möchte, ne. Und auch wirklich sehr epische Zeichnungen, wenn man hier sieht, das ist hier Banes, äh, Festung. Ähm, genial oder, äh, ich hatte's vorhin auch schon mal in die Kamera gehalten, wenn man das Arkham Asylum von außen sieht. Hier einfach genial, also auch hier, äh, sehr zufrieden, ne. Auch dieses Cover hier von Ausgabe Nummer 5, einfach nur episch, ne. Gut, ähm, ich würd sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!